Ich habe mir lange Zeit mit dem Roman von Donna Tartt gelassen. Der Grund ist ganz einfach. Ich kann die Autorin nicht leiden. Vor zehn Jahren habe ich sie in New York interviewt, als der kleine Freund erschien. Und sie hat sich wie eine Diva verhalten. Das Gespräch verlief noch in relativ ruhigen Bahnen. Dann wollten wir noch die üblichen Schnittbilder drehen. Und das Gezicke nahm seinen Lauf. Das dürften wir nicht tun und dieses dürften wir nicht tun. Und wir geben auch nur 15 Minuten Zeit. Von links durften wir sie nicht drehen und auch nicht mit Zigarette. Außerdem wäre ich unfreundlich und würde sie nicht ernst nehmen. Das war doch eine Spur zu viel Theater und ich habe die Dreharbeiten einfach abgebrochen. Ich glaube nicht, dass wir jemals Freunde werden. Zudem hat mich misstrauisch gemacht, dass das neue Buch über den grünen Klee gelobt wurde. Dieses Buch lässt keinen kalt. Donna Tarts Roman der Distelfink zeigt eine große Erzählerin, die so spannend wie eine Frille-Autorin schreibt. Man kann diesen Roman drehen und wenden, wie man will. Er ist ein Meisterwerk. Die Welt. Zehn Jahre mussten wir auf das nächste Buch der geheimnisvollen Donner Tat warten. Hat es sich gelohnt? Himmel ja, sagt Rebecca Cassati in Harper's Bazaar, Deutschland, dem Zentralorgan der deutschen Literaturkritik. Donner Tat gehört zu den ganz Großen der amerikanischen Literatur und ist doch eine Unbekannte. Jetzt liegt er neuer, grandioser Roman vor, schreibt die Süddeutsche. Tat schreibt Bücher, die so wahrhaftig wirken, dass die Protagonisten den Leser weit über die Lektüre hinaus begleiten. Die Zeit. Ihr neuer Roman The Goldfinch ist ein Wunder der Literatur, schreibt mal wieder die FAZ. Der Verlag schreibt in seinen Unterlagen über das Buch folgendes. Das Motto verträgt sich nicht mit Schnelligkeit, gilt gleichermaßen für ihren dritten, über tausend Seiten starken Roman The Goldfinch, der auf Deutsch unter dem Titel The Distelfink herauskommt. Und es sieht ganz so aus, als hätte es sich gelohnt, dieser Maxime treu zu bleiben. Unter den Kritikern herrscht Euphorie. Der Distelfink ist eine Seltenheit, wie sie pro Jahrzehnt vielleicht fünf, sechs Mal erscheint. Ein intelligent geschriebener, literarischer Roman, der das Herz genauso anspricht wie den Verstand. Freut sich Stephen King. Ich mag's gar nicht glauben. Der Distelfink ist Entwicklungsroman, Kunstkrimi und Milieustudie in einem. Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle und sozialer Welten wird darin ausgelotet. Angesiedelt in New York, Las Vegas und Amsterdam erzählt der Roman über eine Zeitspanne von zehn Jahren, die Geschichte des 13-jährigen Theo Decker, der seine Mutter Audrey bei einem terroristischen Anschlag auf das Metropolitan Museum auf Art verliert. Die wichtigste Erinnerung, die ihn fortan mit ihr verbindet, ist für Theo zugleich eine peinigende Last. Das etwa DIN A4 große Ölbild, der Distelfink des niederländischen Malers Karel Fabritius. Ein Gemälde von unschätzbarem Wert, das zu den Lieblingsbildern seiner kunstsinnigen Mutter gehört. Der Junge bekommt es in den Wirren unmittelbar nach der Bombenexplosion und trägt das Kleinod im Geheimen mit sich, wohin auch immer es ihn in den darauffolgenden Jahren verschlägt. Ich sage zu diesem Buch, wenn es um den eigentlichen Plot geht, die Suche nach dem ominösen Gemälde, das ihm bei dem Anschlag anvertraut und später entwendet wurde, dann steige ich einfach aus. Hier fehlt Donner Tat einfach die erzählerische Kraft, dem Gemälde den nötigen Glanz zu geben. Und sie gleitet in nahezu absurde Kapriolen ab. Wenn es um Kunst, Besitz und Fälschung geht, empfehle ich stattdessen William Gaddis' Roman Die Fälschung der Welt. Deshalb fällt mein Fazit folgendermaßen aus. Eine farblose Hauptfigur ohne eigenen Willen wird uns vorgeführt und das Ende wird mal schnell mit einer dicken Schicht Pathos übergossen. Auch die intellektuell blumige Ausdrucksweise der Autorin konnte mich nicht wirklich überzeugen. Das ist sehr schade. 이거 auch noch nicht ab. Untertitelung vom 20. April